so machen zu geben nun gehen ja ich weiß schon glaube ich was du meinst und der Mopskorn hier in der Luft hängen kann und dann machst du abwarten hat gehen wir schnell zurück nicht dass wir hatten es müssen n ja das können sie durch und kommt die Köln von der anderen Seite so ist es irgendwie müssen wir dort fallen ja ich hab ihn noch vergehen also wann ja ich muss vor noch so respawn ein bisschen also regenerieren irgendwie das mit dem Holz ist auch nicht so gut was wir gemacht haben das man jetzt so umstellen kann ja ja hast du was zu essen ja gut was bedeuten eigentlich diese flaps zahlen frames per second also und wenn du das der Grunde genommen dann hast du ein paar Fakten für mich ja okay ich gebe dir aber nicht 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 jetzt so geliebt uns ja das recht ja gut okay ok ok so ist sie das nicht vorher wenn du stellst die Fakten schon auf und ich stimme und Maxi kaputt ja da war nicht gut nicht gut gehen oder doch kommt schon rein wir müssen wieder wir müssen wieder dieses und das den Boden hier füllen ich bin gerade bei dass ich so jetzt können sie nicht mehr schon gut passt schon es wollen sie nicht mehr nein ok ich kann alles genügt auch dass wir die Fackeln hier weg tun nur die da oben muss sein ich glaube das reicht nicht ja kann man mal ausprobieren ok ok hey siehst du das auch das ist so ein Schweinbohrn ok funktioniert so und dann möchte ich uns sagen wir machen dieses ganze Stein hier oder mal ja das Ding hier weg das hier in das Wasser irgendwie fließen kann ja ne lass das ok dass es hier schon bergab fließen kann so oder machen dass die Reine noch weg mhm und dann hier ja dass es hier hinunter fließt und wir unten warten kann man dann auch mit TNT in die Luft sprengen ne ne das ist uraufwendig ne das lassen wir mal so ist das Mist darauf auch wieder warte ich habe eh eine Erde da mach ich hier auch noch schnell so das Mist ok mach ein bisschen weiter vor so zwei Blöcke ja ja sonst ne 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 die ne ja er ist noch nicht um ich weiß nicht man soll ich diesen Ausbau auf die Nase machen das ist das was nicht auf die Nase und zu sagen so ein Stichwort muss man es ist schon so und sie wieder auch was er der dieses Stich ist gar nicht wie ist es möglich hast du einen Kübel? äh, Kübel? ja? nein ok, dann soll ich da unten so ein Aufgaben zu rauf machen dass wir einfach so runtergehen können ja ja, gut das ist gut ich hoffe ich kaufe raus die benötigen mir meine dritte Reihe was ok, da müssen wir ein bisschen weiter zurückbauen echt? oder einfach weiter vor, oder? oh, was war das? Moment so können wir es machen boah, hier geht es ganz schön weit rauf ja, so können wir es machen hier ich hoffe es ist gerade nicht nackt Mensch, wer geht es denn noch rauf? ich glaube ich habe es nicht ok ich bin schon bei der Erde ja, es ist nachts aber ich glaube es wird sogar schon wieder mein Gott, wo ist man hier? oh, ich glaube es gibt es nicht die ich nicht ich ist nicht tun sollen dann kommt ich an ja, das wollte ich nur schrauben ja ich würde nicht aber ich glaube ich konnte nicht auch schlitzig kommst und anstunden die die kosten um die kommt hier nicht drauf so wenn wir hier diesen Mopsbau und die ja aber ich habe sehr viel Angst weil der Creeper ist schon erhoben da unten ist der, pass auf ja, der ist ja erhoben und wie machen wir das jetzt? ich könnte mir darauf locken zu von der anderen Seite und wo ist sie denn? und sind ist sie weg hier ist sie nicht mehr ach du scheiße hier stehen wir wurden diese tun alles okay diese Tusch er ist nicht mit ihr dauer ach so hat nicht viel und könnte gar nichts tun die Creepers nicht zu hier kann das sein? kann das sein? ja das war normales viel Ärger die Explosion damals so ich trau mich als gar nicht drauf zu gehen eigentlich oh ein Zombie, oh ein Spray ja geh weg hier ja das war keine Kumpelte erlebst du es? ja ja ok ah, so ein bisschen Tieren er traut sich hier nicht drunter aber ich mache trotzdem das mal zu wo bist du? ich bin noch immer dort bei diesem Mopsporn fallen so es müsste es hoch genug sein oh mein Gott das ist schon da hinten ist so ein Zombie respawns ja das ist ja das ist ein Zombie und wieder ein Irnto? ein Skeleton oder? die spawnen da hinten schon schon wieder schon wieder zum Sporn was ich mach dir mal so ähm warte so ein Punkt machte mal die Fackel weg das wir sehen und es sind ungefähr funktionieren ist bereit ja hatten die noch so ein Block genommen äh kann komme ich nicht mehr zu facken aber da gibt es den Gründer sonst es gelingt ich bin kein Ziel ist genau die Hinten ist es gelaufen ja man hat die Hinten ja so ja ich glaube es ist ja ein Fakken auch mit tun also sind die noch mehr ja und wenn man und wir warten schon mit GIZ so ist es nicht schon gehen so ich bin ein paar ja ich brauche vielleicht hier in diesem Wohnraum ja nein hier ist schon eins ah das funktioniert? ok ja die haben keine Chance, ja da holen uns schon wieder eins das funktioniert gut oder? ja das funktioniert gut und jetzt wenn wir uns hier kommst du? ja hier müssen wir noch irgendwie zumachen ah genau das haben wir fast übersehen die hätten uns einfach gefallen können vielleicht so eine Tür oder? soll ich eine Tür graften? das brauchen wir auch mal ok jetzt können sie mich irgendwie hitten ja weil es ist unterkennen glaube ich da müssen wir noch einen Block weiter hinunter ja das tue ich schon so ist was ok das war nicht so na das auch nicht warte ich muss immer alles zumachen hier ok warum kommt hier ist das was du? weil du hast die ah ja hast du vorhin das Loch zugemacht, dass das Wasser abfängt? ah so mache ich das nochmal so zu, oder? ja ja so und hier auch so aber irgendwie muss ich wir über ihnen oder unter ihnen sein da geh mal raus hier geh mal raus da mache ich da so einen so einen Stock höher und und genau genau so 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 nee warte 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 ich weiß warum warum das nicht so funktioniert wie wir wollen nicht macht das Holz auf denen steht mal kaputt du meinst die Ehre? ja ja warte ich unterkühlen ich mache schon einen Sacken auf so 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 ich habe einen Pfeil stücken wie ist dir gesagt dass man den Charakter sieht? äh 4 5 da müssen wir uns was zu weit zurücksetzen und ja und 2 und 3 Blöcke und 3 Blöcke nach hinten muss es lassen nicht ja warte mit dem ok wo du machst machst du das dann könnte ich denn weil nichts anderes machen gut wo wo ein zombie töten 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 ich gehe ihm und schlafen war ein creeper genau von unserer Haustür wo von unserer Haustür und dann skeller die saufler bilden bei mir nein bei mir ich bin unbewaffnet sie ist drin hier 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 die die kommen der jesu der es mit dem den jenigen das haben wir abdichten die das haben wir offen gelassen hast du so ein schwert und auch so ein holzschwert oder irgendetwas ja habe ich dann kannst du mir eins geben also als zweites hast oder hast du noch eins so eins habe ich dann so dann muss ich mal irgendetwas unternehmen so so wenn das alles wird zurück wenn es funktioniert wo ein creeper was auf um dann müssen wir überall facken überall facken hier bei der Haustür kommt genau zu dir was auf sie ist drin ja wie kommen die die was was ich mag ich mache jetzt so eine Tür ok ich gehe mal rauf und ich gehe mal rauf und machen Holztür wir können die alles absperren der Greenpeace drauf gut also ach so so schließt bei ja ja irgendwie ist easy also die stufe easy ist gar nicht zu easy ja wo ist denn jetzt eigentlich das Haus ist ich so in holz er er berg und so sind aufgebaut ist es gelockt nicht okay es ist gelockt ich bin ich bin gerade mit einem großen der und musstest du irgendwo dieses Ding sehen solche Steinberge ja was ist denn das für eine Höhle ich habe ich habe eine neue Höhle gefunden ich habe eine neue Höhle gefunden ich habe es ja das ist ich habe eine neue Höhle eine weitere Höhle kann ich auch nur getragen und man muss dann bei vielen Höhlen ja und ich glaube es ist eh noch nicht nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin also sie immer wieder im der ich machte man holztür holz haben wir gut wie viel soll ich denn machen wie viele Türen ja so viel muss das ja nicht sein ok ja zu mal zu 5 oder ja ja das kommt so ich glaube für Türen haben wir jetzt für immer vorgesorgt ich habe jetzt glaube ich 10 Türen und so und sieben Pfeile ich glaube ich glaube unsere Mozart sollte es funktionieren jetzt